Ich heiße Prof. Andreas, komme aus Linz und er lerne den Beruf Drucktechniker. Die Hauptaufgabe von mir da im Betrieb ist die bereits aufbereiteten Daten von der Druckfahrstufung so originalgetreu als möglich aufs Papier zu bringen. Ein Drucker muss folgende Einschriften mitbringen, Sauberkeit und Ordnung vor allem, Genauigkeit, Flexibilität und Blick für das grafische und technisches Verständnis. Am meisten freut mich, meine Aufragung fertig habe und deshalb von vorn bis hinten alles passt. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.